Hallo ihr Lieben, wir haben eine kleine weihnachtliche Ankündigung für euch. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es jetzt über die Weihnachtszeit ab dieser Woche jeden Mittwoch zusätzlich ein Video gibt. Und zwar nennen wir es den Weihnachts-Wednesday. Mir ist jetzt nichts passenderes eingefallen. Ich werde versuchen vermehrt zu vloggen und dann wirklich schauen, dass ihr mittwochs über die Weihnachtszeit oder jetzt halt bis Weihnachten, vielleicht bis Silvester, bis Ende der Feiertage, mal schauen wie ich es schaffe, am Anfang noch einen zusätzlichen Vlog bekommt. Ja, das wird ganz großartig. Und dann kann ich auch ankündigen, dass es in der Adventszeit an jedem Adventssamstag etwas zu gewinnen geben wird. Oh, und zwar werde ich die Sachen immer auf Facebook auslosen, aber ich werde es euch teilweise auch hier auf YouTube oder auf Instagram ankündigen. Also ich möchte auf jeden Fall jeden Adventssamstag ein Gewinnspiel veranstalten. Ich verlinke euch auch nochmal die Facebook-Seite und das Instagram-Profil in der Infobox, damit ihr auf keinen Fall etwas versäumt, weil es gibt da echt ein paar coole Preise, wie ich finde. Ja, und so möchte ich das Jahr auf Mama Birdie hier mit euch beenden und dann starten wir 2018, glaube ich, vielleicht wieder mit ein paar Veränderungen durch. Ich überlege, wann, wie, wo, was ich Videos hochlade. Da könnt ihr mir vielleicht auch nochmal sagen, wie es euch am liebsten ist und was ihr gerne sehen wollt. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit dem Weihnachts-Wenstay. Es gibt dann quasi jetzt jeden Montag und jeden Mittwoch um 19 Uhr ein Video und jeden Samstagvormittag. Danke fürs Zusehen erstmals und lasst einen Daumen hoch, wenn ihr die Aktion cool findet. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.